Hallo und willkommen zurück zu Tactics Ogre Reborn, wo wir jetzt wirklich zum Reha-Boom-Akkredukt wollen. Es wird zwei Ausrüstungsteile verteilt und ein paar bessere Heil-Items ausgerüstet. So, jetzt weiß ich gar nicht, was war denn hier? Unsere Siegesbedingung war, Schütze oder Schütze muss in der Kampftruppe sein, haben wir. Effektkarte einsammeln, Zustandsveränderungen, ja, okay. Und Auskundschaften hatten wir am Ende der letzten Folge schon mal kurz einen Blick drauf geworfen. Genau, sieht fast eher aus wie eine Kanalisation als ein Aquädukt. Das ist sehr eng. Ein Oktopus da. Was haben die Charaktere so für Level? Elf. So wie wir auch. Drei, sechs, sieben, acht, neun, zehn Gegner. Wir haben auch zehn Leute. Plus Gast. Ja. Würde ich das so haben wollen. Es ist, wie man es macht, macht man es falsch. Also es ist hier, glaube ich, sehr ätzend voranzukommen. Aber ich glaube, dass die beiden Ritter hier stehen, ist schon mal ganz gut. Und dann muss man mal gucken. Ich lasse es mal so. Ähm. Na ja, verkrochen ist so eine Ansichtssache. Ach, der nächste Kopfgeldjäger. Soll das jetzt ewig so weitergehen? Keine Sorge, wir werden das Gesindel, also dich nicht entkommen lassen, Xapan. So, wir können immer nur ein Wasserfeld überqueren. Oh, und die sind natürlich gut im Wasser, die Oktopoden. Oh, wahrscheinlich können die auch alles erreichen, was am Wasser steht, ne? Da muss ich aufpassen, wenn ich jetzt schlecht gerüstete Charaktere habe, dass die nicht so am Ufer stehen. Aber wie soll ich das machen? Alle stehen immer am Ufer. Ähm, du machst einfach mal nichts. Du bist mal wieder ein Best Man, du kannst dich am besten bewegen. Ich geh ruhig mal an die Seite, vielleicht kannst du sogar schießen. So, wie sieht's denn da aus? 54, wir haben 890 Hitpoints. Krass. Nomios. NOMIO. 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 Okay, aber ich kann auf eine Kreatur schießen. Machen wir das. konter ach du schande kein felsbrocken schmeißen ja du bist so krass katja katja braucht unbedingt meine schulung in sachen kampfkunst sie blockiert hier meine wichtigen felder das ist so krass und ophelia wird ihnen nachfolgen okay du oh mein gott oh mein gott ja stürmt ruhig vor danach kämpfe ich dann halt ohne euch du kannst dich erstmal bewegen ich sagen gehst du mal hier nach so klare schusslinie mein ziel ist erstmal diese beiden felder zu positionieren zu platzieren und dann alles hier drüber so abzudecken aber eher defensiv da wird jetzt wahrscheinlich noch nichts machen können genau auch so ja alles klar hat jetzt ohne zu warten also man kann über die gelben felder hinausschießen es macht aber nur dann sinn wenn die wenn das abschüssig ist das gelände verstehe ich das momentan auf die seite damit du das sichtlinie hast und so du kannst da zumindest du war das schon mal gut ich glaube es reicht gerade eben nicht oh ja bei elli mal eben gucken ich kann es nicht testen aber zähmen und bändigen ob das bei den oktopussen gehen würde also da bleibt auch mal stehen und kann sich jetzt nur ein viertel bewegen was lohnt sich nicht also geht es wird damit so und du kannst ja ich überlege gerade wer sonst auf dieses feld noch gehen kann aber ne dann kommt dann geht voltare hierhin voltare sollte eigentlich hierhin wo katja jetzt steht da geht halt nicht du kannst genau kann sogar noch ein weiter das ist gut man kann ja nie da auf das zwischenfeld das ist vielleicht gar nicht so schlecht da links da haben wir den ziemlich viel firepower gegen den oktopus aufgeboten will ich das möglichst wenig wartezeit an der zug beenden muss ich dahin muss ich indirekt zaubern müßig gang oder parawelle klingt beides ganz gut 30 prozent chance 54 da kommen wir auch noch nicht hin müßig gang hat in der regel dann dieselbe chance aber das ist denn nur ein feld oder das bringt mir nichts und todeswind kommt nicht durch größe und wenn sie benötigen müssen 1 2 3 4 5 6 ist genau selbe problem 1 2 3 4 5 6 7 8 das ball ist schlecht also bewegen und nichts tun sorry genau katja mit einem stadt am besten im nahkampf gegen den ritter katja wird sich aus dem kampf denke ich mal zurückziehen gleich stark verletzt ist so kannst du von hier aus und funken sperr machen wahrscheinlich schon 92 damage ist doch nicht schlecht so 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 54 für den stein also von dem stein durch den stein da ist alles blockiert und bleibst jetzt erst mal heiler so warte mal oder kannst du ganz darüber dann kannst du katja ablösen wenn sie es zurückzieht und so das ist nicht schlecht geht einmal rüber und jetzt erst mal katja heilen ich meine sie hält immerhin ein gegner auf ihrer stoffrüstung und du vor ist auch nicht so schlecht 107 ist gut aktion hast du so nicht okay so sarah kannst du von da ist schon schließen und was bist du 40 49 85 richtigen schuss hast du noch nicht okay das müsste eigentlich gehen aber vielleicht ist es mir doch noch zu riskant also bewegt dich ruhig mal und bewegt dich ruhig hier das so relativ freie sicht bis ein bisschen weiter vorne ach so da gab es jetzt kein konter weil die entfernung zu weit war oder so 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 mit dir also ich hätte ja nie heilen können so du musst einfach mal aus dem weg das ist wichtigste dann könntest du entweder diese karte einsammeln und kannst dahinter gehen das ist ganz gut den oktopus weg haben sehr gut da musst du gar nicht so kreischen schat ja hast du selbst eingefroren so müssen wir mal die sommer nach vorne so 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 ich glaube paravella hat mir letztes mal gut gefallen gerade gegen die flieger so 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 und so so das ist ein komme ich da nicht an diese karte kannst du dir aber ruhig mal schnappen ich wüsste nicht wer sie sonst nehmen sollte so schnell da muss halt magia kämpfen der oktopus hat ja noch blitzschwäche da müsste also gut schaden kriegen 100 genau aber war das weniger in dem thema war die 100 genau gehst du auf katja das platz soweit die bin ich jetzt mal neugierig ist erstmal auf kathes durchschlag ist okay könnte sie jetzt bestien zähmen sie muss der unterschied also genau bestien unterdrachen einheit genau das aber das ist so eine bestien einheit hier oder tatsächlich es würde technisch funktionieren wir haben nur 0 prozent chance weil er noch zu weit entfernt ist zu viele lebenspunkte hat und so weiter und zum punkt ist so lächerlich ein punkt ist noch lächerlicher und so weiter und so weiter und so weiter ich weiß nicht ob sie das lohnt katja zu heilen aber na gut machen wir das mal damit katja wieder meine rekrutierungs versuche sie gut sabotieren kann danach oder 85 das wäre ziemlich genial aber bis er wieder dran ist das dauert halt ewig und bis dahin hat schon irgendjemand anders in kragen geplättet 40 naja komm jetzt der krack geweckt dann müssen wir den zweiten kranken rekrutieren so ein mächtiger schuss natürlich und vielleicht doch jemand anderen ich will den flieger ganz gern loswerden und er kann heilen ich hab wahnsinn die kann heilen du kannst ja hin das platz frei geworden super total unübersichtlich hier alles das war so eine passiv fähigkeit die ich kann ob es mal gegeben habe er kann einem gegner windschwäche verabreichen und kanopos selbst haut er gerne mit wind zu so kriegt er jetzt relativ viel schaden sinnvoll so wen kannst du von das erwischen und heilen ja nie hat und ich sehe gerade den kurser nicht irgendwo ist der kurser da 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 kommst du nicht an da wenn 50 hit points dann lieber voltare also voltare kommt auch nicht an kommst du auch nicht an und kommst fast nirgends an so 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 Es gibt es nicht. Es sind alle super außer Reichweite jetzt. Ich wüsste nicht, wie ich das ändern sollte. So. Du kannst da rüber, dann nimmst du Voltare den Platz weg. Wobei natürlich noch ganz viele Gegner jetzt vorher dran sind, aber trotzdem, das macht keinen Sinn. Du könntest auch da angreifen, aber ne. Ich mach nochmal den Funken Speer, weil du da jetzt nicht ankommst. Dafür 58. Warte mal. Die Oha, die hauen echt gut zu. Ich muss langsamer ein wenig wenigstens erledigen. Ich denke, du kannst zuhauen, wenn du Schaden machst. Es lohnt sich fast nicht. Ich denke, es ist besser, wenn du dich selber heilst. Tja, wollen wir mit Eddy da jetzt näher rangehen oder so? Aber ich weiß es nicht. Ach doch, klar. Warte mal, du kannst zuhaken. Hä? So, das Wasser. Es sah so aus, als ob er daneben steht, aber gut. Bohren, Einschaden. Einschaden. Siebzehn. Fünfzehn. So, du kannst nichts machen außer heilen. So, du kannst nichts machen außer heilen. Die bestearte Schaden. Ich muss nicht vorauschen lassen, dass ich sie nicht in den Rücken schlagen kann. Oder du kannst das Ganze noch ein wenig machen. gucken ob ich hier den wesen langsam erledigen kann 54 und das ist zu wenig bleibt immer ist man bei den paralysierten also entweder darüber gibt es die kampfkarte mit ich hab dir die wobei nie ja nie könnte sich die nehmen ob es ja nie mal dran ist dort auch wieder nicht so lange war doch trotzdem wir haben die kampfkarte wenn es gleich geht du hast hier von hinten und kann ja nicht weil ich auch nicht angreifen so und du kannst jetzt immer ein bisschen ballern oder auf den flieger gemacht so gut damit weiches ziel und sorry falls er ein bisschen geräusche hört wir haben immer noch herbst und draußen sind die laubbläser in aktion wie jeden tag habe ich das gefühl der flieger hat jetzt bianida blockiert ist aber nicht so schlimm heilung würde ich sagen ellie katja wird den gleich von ophelia geheilt und so das passt alles schon so du kannst doch bestimmt gegen flieger aus mal 81 wo hast du denn weg er rekrutieren sollte ich mir jetzt gar keine gedanken drum machen nicht wenn noch so viele gegner da sind also ich glaube wenn vielleicht die hilfe der gegner platz sind dann kann man sich mal langsam überlegen ob man einen der restlichen noch rekrutiert oder so aber bei zehn leuten so zu timen das eventuell passen könnte das macht wenig sinn nächste runde ist die paralyse wieder weg dann macht er richtig damage wieder und so vor mir einfach mal ein paar mal ist du kannst du irgendwo sinnvoll hingehen nein also wenn es hier hacken durch elli durch lohnt sich ein funkensperr durch 53 da kannst du nicht durch da wenn es 59 das nicht schlecht so du solltest mal hacken ist der einzige der hier nahkampf kontakt hat zu judo wobei ich will auch noch mal ganz unendlich rekrutieren und mal sehen ob es irgendwelche chancen überhaupt schon gibt wobei für die reptiloiden ist ja konfass zuständig unser magier oder so dann heilst du mal und zwar am besten am besten voltare donald kann gleich elli heilen das ist zu nah dran was da machst du 100 damage ja bitte gern geschehen 200 mit kritisch müsste feiern dann fällig 111 machen wir doch noch mal mächtigen schuss und das war ja eben kritisch normalerweise schubsen die gegnerin weg aber ich glaube weil der ins wasser plumpsen würde und tot wäre dann wird er nicht weggeschubst 2 80 da kommst du da durch kommst du nicht an dann machen wir hier ruhig gehen sie langsam mal platt kann ob es nur zur sicherheit einmal testen ob hier irgendwas auf jeden fakt anfällig sein könnte dann hast du den jetzt wegschraben ja 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 jetzt ja dahin stellst kannst du den angreifen oder ich will aber noch mal eben gucken was ist das für eine einheit zustand in zing mal hier normaler magier der ist auch bald dran genau wo unhalt stiften kann ja 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 kann nichts machen könnte zumindest auf das feld gehen um zu verhindern dass er lief an der seite der angegriffen wird es 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 Sehr gut, dass du Konopus erreichen kannst. Ich bin mal neugierig, nicht böse sein Kanopus, aber ich teste meine Parabelle, also schade. Das würde ich sonst machen, Kanopus 30% Chance und die anderen beiden 53 und 66% Chance. Dann könnte ich ja zwei Leute erwischen mit der Parabelle, aber es reicht leider nicht. Also dann macht halt ganz normal dein Todeswind. Also genau, sind noch andere. Bestien anwesend. Ja, dann auch den Magier. Ja. Ich finde das so krass, wie Ophelia ein Heilkraut nimmt für 123 Hitpoints. Ich glaube nicht, dass wir ihn überzeugen können, aber okay, es ist trotzdem interessant zu erfahren, warum er uns verfolgt. Vermutlich stellt, denkt er, es ist ungefährlicher und leichter, einfach unser Kopfgeld abzugreifen. Er sieht so ein bisschen aus wie der schreckliche Sven, oder? Ja. 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 mal so um so langen bogen ich würde sagen auf den magier 11 ok auf den schützen okay war nur dieselbe rasse auch magier als bogenschütze ja bianni am besten hacken war die noch irgendwie vergiftet oder so warum wozu die exen warum diese 28 extra schaden jedenfalls wird katja jetzt alle hebel in bewegung setzen um die zu erlegen damit ich sie bloß nicht rekrutieren kann auch noch jemand dringende heilung als kanopus elli eventuell die hätte ich so viel aus aber da sind noch eine andere nehmen machte mal kanopus da habt ihr euch ziemlich dämlich aufgestellt muss ich sagen die feinde dreimal paralyse wunderbar da 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 das ist ein konter wieder ab und so versuch den haben wir zu erreichen das muss eigentlich klappen schließen ein bisschen höher da treffe ich sowieso nicht der kann auch unsere präzision reduzieren der octopus 210 damage wie krass ist das denn ja nichts machen da ist noch einer dran ich gucke mir nur an wegen abelad aber abelad ich könnte jetzt aber teilen mit so einem heilgegenstand aber es ist nicht notwendig du kannst es jetzt machen mein hauptheld kann einfach die ganze zeit nichts tun also jedenfalls nicht zuschlagen also für heilung hast du noch nicht mal mehr genug mal punkte also ja dann da war noch mal gift wolke also da kommt es nicht an wegen zappern der halt lustig gewesen mit dem gift aber die nur 37 prozent chance lohnt sich das noch nicht kommen macht der mensch todeswind also warte mal oder du machst mal locken das sind doch die luiden ja es würde gehen aber nur prozent chance dann haben wir da ein bisschen runter Ähm, ja? Du könntest dich um den Bogenschützen hier kümmern, würde ich sagen. Ähm, das können wir dann mal ausprobieren, nochmal 10 testen, 0%, so ein normaler Kurzbogen wäre jetzt bei dir 17, jetzt machen wir mal die dunkle Last, wow, das ist viel, bei dir wird es 99, wäre auch nicht schlecht, und bei dir da hinten wäre es 124, hm, wir machen den hier mal weg, achso, außer Reichweite, warum, was? Oh, und er ist jetzt, hat er den Zustand Blei. Wird sich also wohl sehr langsam bewegen, ja? Machst du mal hier? Hm. Mein Problem ist wieder Katja. Wenn ich ihn jetzt Hitpoints technisch reduziere, dass wir rekrutieren könnten, wird Katja ihn umhauen. Und wenn ich es nicht tue, dann wird Katja ihn nicht umhauen und auch nicht reduzieren, dann kann ich ihn auch nicht rekrutieren. Also egal, was ich tue, ist immer verkehrt. Ach, du kannst auch dunkle Last. Dann machen wir das einfach mal um Skills zu trainieren. Hm. Jetzt muss ich nochmal eben gucken, wäre der überhaupt eine Rekrutierungsmöglichkeit? Neutral, es könnte gehen und der dahinter, der wäre sowieso besser geeignet. Okay, dann machen wir mal dunkle Last auf den, dann ist er platt. Oh, ne. Ne. Nicht im Ernst. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Kanopus. Oh, oh. Da muss ich jetzt schnell irgendwie durchbrechen, aber ich muss ja auf ein Feld an ihn ran. Ne Leute, das schaffe ich gar nicht. Ach so doch. Jani könnte da, könnte er dann drei Runden hin. 1, 2, 3, erste Runde, nächste Runde 3, dritte Runde 3 und dann ist Kanopus tot. Alter. Und hier über diese, da muss ich ja erst diese beiden Leute töten. Oder warte mal. Zumindest einen von den beiden muss ich töten. Die beiden muss ich töten, um an Kanopus ran zu kommen. Das kann man auch vergessen. Also drehe ich am Rad. Kanopus darf da nicht hin. Eiskärker. Nur kurze Reichweite. 106, 52. Heufzig. Huh. Da. Beide. Hm. Achso, genau, das ging ja nicht. Achso, genau, das ging ja nicht. Da kriegen wir noch 19 runter und wenn Katja keinen Unsinn macht, können wir den vielleicht rekrutieren. Kann ja Wird Unsinn machen, aber ich muss trotzdem probieren. Oder so, Konter, nee, gibt's ein Konter, okay. Ja, nee. Dann geh du da ruhig mal vor, damit du irgendwas tun kannst. So, du musst jetzt Paralysezauber auf Katja machen. Geht leider nicht. Also dann. Tode stoßen, kurzer Reichweite. Macht 300 Damage, ist auch krass. Die Waffentags sind echt gut. Zerstöre alles in deiner Bahn, presche voran. Die hat den Gegner nicht gekillt, weil sie vielleicht nicht zu dem durchdringen konnten. Das kann hoffentlich so sein. So, du kommst... Oh, du kommst jetzt hier hin. Du kannst im Nahkampf was machen, ist das fantastisch. Konfass soll den gleich mal versuchen zu rekrutieren. Damit wir mal auch Abwechslung haben, nicht nur Wallister im Team und so. Genau. Das ist das nächste Feld da dran. 24% ist nicht schlecht. Dafür, dass vor 0% war. Komm mit, bitte. Nein. Oh, es hat noch nie geklappt. Noch nie. Nur das einmal ganz am Anfang, was wahrscheinlich zwangsläufig funktioniert, aufgrund des Tutorials oder so. Aber die anderen drei Versuche bisher noch nicht. Naja. Achso, kannst du auch agieren, natürlich. Ne, sowas wie Paravalle bitte. Die stehen da gerade wieder super. Super. Ja, sehr gut. Haben die drei erwischt. Tja, Kanonkos, du musst da bleiben. Du darfst nicht da rüber zu dem Cheffe, der hautknüppelt sonst alles kaputt. Soll ich gucken, ob wir den Bogenschützen mit Fall und Bogen kaputt kriegen würden. Da wäre dann auf 15 Hitpoints runter. Was wieder interessant wäre auch für Rekrutierungsversuche. Und bei dem wären wir bei 200. Das macht noch gar nichts. Mal sehen. Zähmen wäre hier nur Prozent. Da gibt es nicht. Ist okay. So, da jetzt Drachen zählen die auch nicht, ne? Bändigen. Also dann dunkle Last. Oder nochmal der Fernkampf macht einen. Ich finde das gerade gar nicht so schlecht, dass der da noch steht. Als Blockade gegen ihn hier. Du machst mal dunkle Last auf den Cheffe. Das ist ja nicht nur paralysiert und auch auf Leiszustand. 172 ist okay. Tja, du musst jetzt den weghauen, weil der zweite Rekrutierungsversuch wird ja nicht besser werden. Bisschen blocken. Dunkle Last. Geht nicht, ne? Bis zu weit weg. Du könntest natürlich näher ran. Wenn man eben sehen, langen Bogen würde machen. Einen der Mischung. Da, den würdest du wegkriegen. Der soll als nächstes dran. Nee, der macht den erstmal weg. Oder nee. Vielleicht wollen wir den rekrutieren. Äh. Ich höre dich mal vor. Wir haben auch dunkle Last. 95 so nah. Das war sehr gut. Die beste Tat des Tages Katja. Ja. Heilung für Canopus oder für Voltare? Für, ja, für Konft nicht. Voltare. Mach mal bitte für Konfass. Voltare braucht Kom Heile. Du kannst dich da anbewegen, da anbewegen. Ist alles blöd. Achso, warte, den habe ich ja ganz vergessen. Der ist ja auch noch da, der Krake. Haha. Dann hau den. Gehen. Wo will er denn jetzt hin? Ich bin da ganz hinten, den will ich doch rekrutieren noch. Okay. Ich habe jetzt drei potenzielle Wesen, die ich gerne rekrutieren würde. Fall und Bogen. 84. Und Ellie ist gleich dran. Könnte versuchen den zu rekrutieren. Natürlich auch große Entfernung. Es wird wahrscheinlich funktionieren, aber was willst du machen? So, Locken würde bei dem wahrscheinlich nicht gehen. Prozent, genau. Tja. Wenn ich einen Schritt vorgehe, müsste es eigentlich funktionieren, oder? 66 ist wenig, also Katja macht das Doppelte an Schaden gegen den. Das als Heilerin. So, du kannst jetzt mal versuchen, den zu rekrutieren. Das geht gar nicht, weil das eine andere Rasse ist, die ich nicht rekrutieren kann. Das macht die Sache einfacher. Dann heile mal Kanopus. So, kommst du jetzt irgendwie nah ran. Nicht so wirklich, ne? 1, 2, 3 Felder. Gucken wir, was passiert. Zähmen. 13 Prozent. Das heißt nix. Nie, nie klappt es. Sind zwar immer kleine Prozentzahlen, aber irgendwann muss es auch mal klappen. Wir hatten auch schon mal 28 Prozent und so. Nein, er will nicht. Ach du Schande, was der drauf hat. Das können wir theoretisch auch. Also unser Berserker. Da habe ich mich aber nie getraut. Weil egal, Freund und Feind, was so um ihn herum steht, also vor ihm und neben ihm, wird halt getroffen. Dieser Rundumschlag und das, ja, dass man dann halt so riskant. So. Das heißt langbogen. Oder? Ja genau. Das geht nicht. Ganz nur nochmal langbogen machen. Und ihn können wir gar nicht rekrutieren. Da haben wir gar nicht ein Skill für. Also kann er schon mal weg. Er wäre auch gleich wieder dran. Also. Dass er weg ist. So. Oh, Voltari. Ich glaube, du heilst sich besser mal. Muss jetzt einfach da weg. Kann's da nicht weg. jeder macht normale heilung auf kanopus wir hatten unsere chance du musst es da mal hin und du sichtlinie hast du schluss geht ja nicht entfernt also dass der der hinten abhaut ich verstehe es einfach nicht den hätten bestimmt rekrutieren können aber ich komme halt nicht ran weil ja eine person einfach im weg steht und mein magier nicht vorbeikommt und 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 Das war's für heute. Hallo, Sie da hinten. Wollen Sie bitte bei mir mitmachen? Wahrscheinlich. Äh, kannst du den von da sowas überhaupt erwischen? Ich test das mal. Ja. Ich muss den Boss jetzt hier platt machen. Also den Anführer platt machen. Das kannst du auf die Entfernung riechen, Katja? Ja, dann schwindet er in die Dimension der Kopfgeldjäger. Okay, Level 12. Das brauchen wir aber schon ganz schöne Erfahrungspunkte, um nochmal aufzuleveln. Oh, ein Skill, dass den dann besser rennen kann, wenn ich das so richtig interpretiere. Und Ellie hat ihre Bestien-Stärkungsfähigkeiten verbessert. Ja, Voltare kann auch besser rennen. Boah, es geht auch aufgefüllt. Ja, alles klar. Kann man hier irgendwas tun? Nee, wir können uns Chronicen ansehen. Da wird wahrscheinlich nichts sein. Ich werde jetzt aber so ein bisschen... ähm... vorsichtig geworden. Wenn wir uns zumindest einmal alles angucken, ob da... was Neues gibt. Alles klar. Nee, dann sehen wir uns nächste Folge wieder, wenn wir den Kampf im Xeop-Moor machen. Wo wir ja schon mal waren. Mal sehen, was sich jetzt verändert hat. Diesmal sind wir auf jeden Fall von der anderen Seite da. Also, bis dann. Macht's gut.